00 bin am anflug zero der alfa sierra ich habe meine hose verloren zero der ich habe von oben angeflogen ich weiß weil die schuhe weg dass viele konkurrenzunternehmen in der luft hatte ich bereit ausgezogen in der luft hatte ich bereits schad sind flack aktiviert und da geht zwei feindliche präsenzen an der rechten seite und an der linken seite und ganz viele weitere feindliche präsenzen passen sie auf wenn das wir sind zu jung zum sterben heute wir haben alle frauen und kinder die auf uns zu hause warten wir müssen diesen krieg gegen diese untermenschen gewinnen wir sind die zukunft hier allein so fängt gut an wir haben keine waffe da hier ist alles sehr toll aus dem ist glaube ich mit ac der pumpe immerhin awesome ich sehe überhaupt jemand ist jemand gelandet ganz viele sind die genannten foxword alpha ump nice und die sagen räumen den laden auf m16 nice nice pumpe nice dann war schon mal für den anfangskampf ausgerüstet männer ist einer gleich schnell zu dem magazin nice go 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 komm werden bau unterstützung foxword zero wir sind auf dem weg kommen wir sind unterwegs charlie alpha halten sie durch mit soldat müssen unseren kameraden in der traurigsten schlacht helfen die schlacht von polen hafz bewegt sich auch an der rechten seite curry das fährt weiter einer ganz gedruckt bernd wir nähern uns eben 510 sicherheitsgrad muss ich dir muss hier irgendwo sein noch da gerade nach oben mit mir auf dem dach höhere schritte aufpassen soldatoren ich passe auf bitte erste das etage das muss der bronzer wird captain sein ein ok ok so er bernd wir haben ihr ziel erreicht wo sind sie hier direkt auf die Leute kommen sie da raus ja lass mal hier oben doch mal gucken gerade oder willst du da nicht raus gehen hä was war das denn mein telefon was war das? Leute! zentrale zentrale brauchen unterstützung wir haben eine schrot pumpe kommt pumpe pumpe das ist der plotzenverein der ist runter der ist runter? runter zu sagen andere treppe müssen wir im blick haben Leute sonst kommt der gleich hinter uns ok mit dem alles durch ob der nicht hier war hier ist auch was glaube ich von mir jemand meinst du? oder ist das unter mir? ne hier ist keiner gerade außengleich sicherer unteren bereich wäre das ich habe keine feindliche präsenz entdecken was passiert hier gerade ey? Sergeant! bleiben sie ruhig sie werden noch wir geht wiedersehen wir müssen zusammen bleiben wir müssen zusammen bleiben Männer ok 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 nicht auch nicht splitten Leute ich muss splitten genau unter uns ist Sergeant Mafujux näher mich der Turnhalle lass uns zu Mafujux aufbrechen ok wir schließen auf denn in der Turnhalle keine feindliche Präsenz höre feindliche Präsenz oder seid ihr das? wir sind das wir kommen wir kommen Menners er ist geflohen was glaube ich nicht wenn ihr nicht ausfällig machen denn sie wird in Lagerberichtung wissen und wahrscheinlich wir brauchen Luft-Unterstützung die Alpha Luft-Unterstützung ist unterwegs brauchen unbedingt Luft-Unterstützung Aufklärungs Moment wir müssen nochmal gucken wir müssen nicht wir müssen nochmal aufs Dach vielleicht finde ich eine OMP Sergeant wenn sie wollen habe ich schon oh ja die nehme ich wo ist sie und da hinten an der Wand oh ja baby nehm ich nicht aber er ist weg nehm ich doch wir hören Schüsse wir hören Schüsse we lost him ne wer denn ne 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 und dann auf ne 9 mm verschrobenfrei noch mal mit hier 9 mm Schüsse eine munition für die schule in jedem curry wenn jetzt hat sich schuss gehen wenn sie sich nähern ich nähere mich von hinten und wo auch sonst kommen sie ja ich habe hier soeben lauter kann nicht aber wir kommen ja hier moment der start problem mit dem interface hallo gibt da war da steht immer null muss ich immer was kapps drin wahrscheinlich kaputt schon sie hatten rechts okay dann nehmen sie es danke ist alles klar weiter geht's jetzt muss ich faust dich männer ein raum nach den anderen durchsuchen mit der meldung durchgeben in mehreren neun millimeter schüsse er gefunden wurde alles klar oder brosse sind hinter uns sichern sie hinter uns ab müssen das schwein suchen rückwärts müssen das schwein suchen wird von der nato sowieso schon gesucht das dach begeben da ist so offen satschend da ist wirklich zu offen vielleicht untere etage noch mal durchsuchen untere ganz untere hier liegt eine ein schießeisen eine m4 ich nehme mir die er will kann eine m16 haben wir haben sie ja soldat genommen nehmen sie die m16 die hier liegt curry nähern bitte und die zoll für sie alles klar sagt so liegt hier neun millimeter nehmen sie die aus der fünfe ein magazin haben sie für ein jahr respekt soll hat wo sei ich ihre hose haben sie fünf wo ist ihre hose soll da haben sie fünf unterwegs in der luft raus geflogen scheiße was brauchen sie fünfe munition ja aber nur ein magazin reicht mal hat schön ich habe ihnen gesagt würde immer zu sehr zu ziehen er ist geflohen wenn das gürtel immer bis zur schnelle zu verziehen wir haben ihn verloren habe ich ein fehler gemacht wir haben tag verloren wo ich habe hier einen empfehlen sierra tatschett sierra wir müssen diese rückmeldung ortschaft verlassen ortschaft verlassen hat mikro probleme dort schon jetzt bin ich wieder da was das nächste ziel nächste ziel ich gucke im intercom nach nächstes ziel ist paragraf le ok was heißt das lachen sie nicht wir sind in der gefährlichen situation ok alles klar tatschett ist eingegeben seid ihr alle bereit ok ja ja hallo ok sind bereit vormarsch los die vormformation kameraden zurückgeblieben kameraden zurückgeblieben ran auf den meter der diamantformation päckchen in die mitte ab geht links rechts ja einmal links und einmal rechts laufen bitte ok und nach rechts bitte ok wir müssen das mit ernsthaftigkeit übertreiben männerst die männer ist vorsichtig wir haben ich war noch nie so ernst wir haben 58 gewalttätige menschen wir sind wurden vom sonderkommando alpha ausgebildet hier hin zu kommen und zu töten häuser block auf der nordost seite könnte vielleicht mit kontakten vollgestopft sein zarten alles klar passen sie auf ihren arsch auf nicht dass sie eine kugel fangen alles klar saschen geben was er kommt durch holzhaus versammelt nix da nix da außer mir sehen soll da ziehen sie die weste aufwärts marsch und weiter über den zaun springen wie wir das damals beim bund gelernt haben halt kameraden bivak 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 bernd aufgeschlossen luftobjekt das sind die kollegen von der luftunterschützung charlie care package im nordosten abgeworfen auch mein gott die entfernung ist leider viel zu groß ja danke dass sie das für uns erörtert haben soldaten konzipiert naja ich hätte auch genaue meter anzahl geben bitte 0,55 foxtrotmeter alles das hat schon ist notiert ok einmal mit ins logbuch alpha eintragen danke logbuch alpha ist rausgeholt notiert scheiße hast du verloren warte ich aber auch hier danke okay weiter geht's danke dass du mal aufgucken hast ja vorne über den hügel kommt ein haus dort könnten feindliche menschen drin sein bitte passt das haus kommt auf und zu kontakt dass sie hier alle drecklich genau so kommt das haus ist in bewegung das werden sie auch viel spaß zu machen ja ach sie kennen doch den zarten war weg mein fremdwort respekt okay operation anklopfen operation anklopfen beginnt kopf runter fenster checken jetzt dass ich hier schon auf türen vorsicht niemand leer er hat gelieftet nächstes haus weil das haus jetzt hier auf drei zwei reiztagen hallo station troops werden sie brauchen eine hose ich wiederhole ja es ist schön luftig hier ja aber ihr sind radioaktive wolken die ziehen aus dem ach du scheiße jetzt noch ein m16 freudig danke sachen dann sehe ich bin mit einem schießeisen höchstens zufrieden wenn sie bereit weiter zu ziehen männer ja ja okay versammelt logbuch eintragen wo geht's hin zu achten einmal kurz springen um zu gucken ob die knochen noch mitmachen können ja alle waren geht's los so 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 das nächste ziel befindet sich hier im sektor me öffnet sich die karte richtung süden me ist der logo eingetragen wir laufen richtung süden es wie schlampe los 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 was es ist doch ruhig um uns ja genau ja kugeln fliegen hinter uns ein die bomben explodieren er ist es alles ruhig warum glauben bleiben sie jetzt ein bisschen respektvoller ja sind sie vielleicht ein mitglied dieser organisation vor allem ihnen gegenüber da werden sie das hatten während der der officer hat bereits mehrere exekutionen durchgeführt ja und das mit meinem fingernagel ja so zivilisten es gibt keine zivis mehr hier alles nur noch feinde sind alle durch am drehen hier das ist jetzt der soldat da müssen wir rein oder was richtung süden haben wir ein paar ziele die wir ja infiltrieren müssen in falter hier machen wir okay sind sie bereit dafür zwei große häuserblocks mit einem kleinen schüppchen dahinter fz in richtung kfz in richtung südauber zum kfz bitte kfz wird unter beschlagnahmung genommen kfz anführer curry wird einmal den ich rein zu den gebäuden bringen so der ganze dahin genau curry schon mal hier rein waren sie rüber satschen okay warum geht das nicht sie ist auch bei fahrradio ach so was sind wir denn hier dass das erklärt sie einiges alles klar satschen mann 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 bombegebiet bombegebiet steht bevor und ab in die gebäude marsch 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 rönigsberg kommen sie ins gebäude passen sie auf ihre gebäude auf die ich das dort feindliche gestalten sind ja von außen bisschen senkung geben ist kein problem passen sie auch nicht dass sie in der bombenzone sind von außen ist eine super idee satschen wenn sie mal auf die map gucken ich bin im gegenüberliegenden haus im wachtturm quasi beute is clear ja ich bin auch noch dabei satschen Herr brutix haus flage bricht bitte bin im wachtturm ich überwache alles einmal durchfunken aufbommen artillerie 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 kütze runter pass auf sie auf wenn es es wird gleich vorbei sein ich habe angst es ist vorbei metters ausschwärmen ähm sergeant bernd was haben sie für eine ausrüstung welche überwaffnung m16 funkkontakt abgebrochen hat doch nicht okay ich hätte noch 5,56 munition für die m16 oder m4 16 ja nämlich wenn sie diese benötigen können sie einfach zutreten nahezu benötigen wenn es sich anders wäre um sie mal rum bitte der gern bernd bitte rantreten ans gebäude ja marsch 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 heute die zeit drückt man sehen zack 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 sehr schön bernd sehr schön diese kugeln oben hier oben ich habe ein regelrechtes waffenarsenal gefunden von den feinden ja wir haben auch eine sichel benutzt oh die sichel ist gutig damit wurde dieser monster ist denn da das bernd also wir haben wir das schon bernd bitte einmal dieses objekt hier bekleiden ich benötige ein oh da ist es bitte hier danke ordnungsgemäße landesgemäße kleidung hier luftklappe ok männer ja kann sein dass ein kfz sich nähert ich habe da etwas vernommen soja ok wir müssen weiter männer wir müssen diesen grausamen ort verlassen wir lassen es soja bitte einmal logbuch eintrag öffnen map oh schüsse schüsse aus dem südwestern kopf runter runter männer ok ich bring uns das alle oben doch nicht so ok also wenn wir unsere lagekarte mal öffnen männer machen sie das mal bitte alle wir sehen der umkreis der blauen zone nähert sich das heißt die gestalten ernähren sich ebenfalls der virus drückt immer mehr auf unsere pelle wir müssen jetzt bedacht sein herr brünings berns haben sie gehört ich war noch nie so bedacht herr currywurst man sieht's ja so ok also wir werden jetzt gleich ein update haben wo unsere zone als nächstes hingeht ja herr sattel wo soll hier hingehen haben sie alle erfrischungsgetränke dabei frischungsgetränke habe ich dabei haben sie alle sanitätskoffer dabei sanitätskoffer und eine sanitätstasche ist anwesend ok dann geben sie mal bitte einen sanitätskoffer mal oder eine sanitätstasche da ich leider nichts mehr dabei hab Sir sanitätskoffer gerade auf mysteriöse art und weise verschwunden Entschuldigung wie bitte oh sie haben ihn ausgebrütet dankeschön ja herr brünings berns sind sie auch medizinisch versorgt ich hab 10 verbände das muss reichen ja oh super das tut uns natürlich absolut leid Sergeant wir werden für sie noch was zusammensuchen ok lage bricht in wenigen sekunden wir sind bereit schönste aus dem besten bloß die körper unten lassen ok oh oh es ist gleich soweit männer wir können gleich weiter unseren stoßtrupp hier vorziehen karte im augeblech halten männer mhmhmhm sehen sie sich bitte genauestens um ich war noch nie in der Karte so sehr drin Herr Bernd was haben sie beim Biwak damals gelernt ja man nennt mich auch den Navigator genau so dann navigieren sie uns mal sicher zum nächsten Ziel Bernd wir vertrauen da ja wo ich ganz beworben bis ich als ob der wurde als sie geht hat jemals nächstes hierhin okay wir folgen ihnen auf so lausend als das hat und er wird los ich könnte überall feinde lauern an allen ecken und kanten rechts und vor allem war doch ich möchte ich möchte einmal gesagt ich möchte einmal durch gehen das gerade aus dem westen aus dieser himmelsrichtung in der wir gerade laufen schüsse vernommen wurden okay ich vernehme ein auto in unhörbarer fähre okay so ganz langsam lernen ja wie in elvis jetzt kommen wir von nun nach oben schleichmodus aktiviert und jetzt sind sie da sachen kommen sie randau oberstleutnant langsam männer aber wir halten lassen öffnen sie die globschau und passen ganz genau auf thüringen geschlossen führen offen hier fahrzeug richtung südosten ja südosten kommt zu dem gebäude vorsichtig vorsichtig oh my god deckung deckung fahrzeug befindet sich vor mir fahrzeug vor mir hilfe sind getötet worden sachen bear ist down sachen bear ist tot einer liegt hinterm auto das ist aber schon fast tot er ist ausgeschaltet einer ist noch links im haus direkt bei meiner leiche dieser ist doch gewusst einer ist doch im gebäude ja ich verändere meine position ich folge ihnen sofort auf schritt und laufe der gebäude in deckung wurde beschossen in deckung geht die deckung sofort von beiden seiten ins haus vielleicht rein gleichzeitig wo ist das dreck schwein macht die tür auch der ist da drin warte ich muss mich hoch einen mann da ist ja rechts um die ecke da ist tot das ist absolut die kriegsgebiete ist vorbeigefahren aber schüsse wurden aber ich weiß nicht ob in dem gebäude noch jemand drin ist ich weiß nicht ob da noch ein kontakt drin ist vor sich sagen einfach beiden seiten kommen sie sagen okay warten sie warten sie warten sie was war das ist einer schwer bewaffneten waffe abm schauen sie den raum hier links nehmen sich nehmen sich deckt aus clear okay wir müssen die herrschaft und deren es darf mitnehmen ja achtfach achtfach wenn sie brauchen ich nehme einfach mal eben kurz auto er hat sich nein kommt nicht dann vorsichtig vorsichtig von kommen sie zurück schneller und sich den staff dauert so lange einmal schnell mal und schnell das hat schon alles gut wo sie sind die anderen durch schweine 15 fach wie sie ja richtung osten kommt einer okay ab einem 24 helmen curry was aus aus dem lud jetzt liegt vor dir also ich sehe ich habe ihn gesehen sniper richtung osten hinterm felsen okay links am baum war auch noch glaube ich einer curry vorsicht und hinten rechts scharfschütze gewährst du gerade mal bitte angeben ausgelockt ost in 75 grad da war noch einer curry vorsicht kann er nicht ausmachen ist tot kontakt ausgeschaltet sehr gut das auto brennt bitte entfernen sie sich bringen weg aus dich weg da weg da weg da weg da geht es hat schon wir müssen wir müssen ja ich muss jetzt eine energie wurst reinhauen so wir haben ein scharfschütze gewährte okay mit einem 15 fach wie sehr mal gucken ob wir damit heute was reißen sind sie das ja ich kliere hier das haus dann können wir weiter ich voll kommt zu ihnen wir haben zartige bären verloren ja das werden wir das werden wir rechnen wir werden ist sowas von gerund dabei mitgenommen habe ich bin das höre schritte am unterhalb gebäude den besuch da gehen wir so okay möglichkeit balkon offen halten und darunter vorsichtig vorsichtig rumlaufen rumlaufen voll gehen müsste sich irgendwo hier aufhalten kontakt um gebäude links gehen sie links um gehen sie links um wir schließen zusammen aus sich vor sich denn es der kommt ja gleich blendgranate wenn granate ist geworfen nice die liste hat ihn super das hat schon sehr gut gemacht was haben sie für eine waffe sergeant aus schalten für die sniper ich nehme mein mischer mit dass die erne nice m16 weil sie wollen nehmen sie die mit nehmen sie sich nehmen sie sich die pfanne mit war dann ist dabei los los zehn sekunden wir müssen oh mein gott wollen ja jetzt müsst ihr gas geben los tatschend ich bin auf den vier beinen unterwegs nehmen sie die beine in die hand und laufen sie gleich nach links laufen zu einer rechts mal nicht das geht nicht dann auch auf aufs feld schützen wir schaffen es wir schaffen es wir schaffen es da gab es schuss von da vorsichtig vorsichtig langsam nähern langsam nähern wenn man es selber ausgemacht haben können wir den langen bücken laufen bücken nicht mehr rennen stoppt die müsste sich direkt vor uns befinden langsam zart schon nicht mehr laufen nicht mehr schnell rennen ganz langsam mehrere ziele links und vor dem baum hier ziel 1 ist tot ja ich bin da ich bin da und da kommen sie gehen sie dabei haben sie das feuer ich bin ich bin ich kriege in die zone nein los sie müssen das feuer erwidern kann ich nicht lokalisieren ja links 150 grad jemand fälzen vorsichtig den ist tot nicht vorgehen gehen sie nicht vor sie die zone mann haben sie den scharfschützen ausgeschaltet ja den bleiben den bleiben vorsichtig sart und sehr gefährlich sart und überleben dass ihn durch dick und dünn dass sie das überlebt haben haben sie medizin hat ja ich habe ich habe medizin so der package landet dahinten ok wie wie sieht unsere vorläufige rute aus erstmal als sie sich dort marschieren aufgehalten wir können den herren als außerhalb der zone ok wir gehen weiter kommen sie mit warten sie warten sie einen energy drinker und ich wollte nur über das feld finde ich keine gute idee ich habe bei ihnen wir gehen rechts wo die häuser rechts finde ich auch keine gute der berg aus genau schlüsse gehört wurden ich würde links vorschlagen den hügel hoch warte mal was hinaus aus mich wird geschossen ok c is down ich weiß nicht woher ab und da weg kommen sie in die zone hinterm felsen los wir müssen laufen müsste laufen sart und kommen sie ich werde beschossen nehme medizin ja sie müssen laufen sart und die zone medizin ich laufe ich werde wieder beschossen kommen sie kommen sie kommen sie wo wieder beschossen kommen sie sie schaffen das ab in die hütte schlafen sie in die hütte sir weiter unterdrückungsfeuer von links äh von rechts meine ich aber wir müssen weiter go 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 von rechts von rechts kommen sie es auf mich ist nicht geschossen kommen sie vorsichtig hat und ich kann gerade nicht mitkommen muss mich schritte auf sie ist ja zwei kontakte im turm im überwachungsturm passen sie auf sart schon zwei kontakte im überwachungsturm ausgelockt ich stehe auch unter beschossen ich weiß nicht von wo ich bin down hinter ihnen hinter ihnen auf dem hügel kann ich's machen ah ich bin tot nein da da ist er wo rechts rechts im bus weiter links auf dem feld weiter rechts wo rechts ja rechts weiter rechts da kriegt er doch 150 südosten südosten hinter dem busch hinter dem busch ah nein ich sehe nicht doch ich sehe ihn aber wenn ich jetzt aufstehe bin ich tot ich bin zu offen ok er muss kommen er muss in die zone denken sie daran schauen sie einfach in die richtung da kriegt er ja ich lass ihn kommen ich lass ihn kommen schaffte sie schaffen es ich spreche aus dem himmel ich spreche aus dem himmel wenn ich jetzt aufstehe bin ich tot nicht stehen bleiben sie im busch bleiben sie im busch sargent die zone nähert sich er muss jetzt aufstehen er muss rennen da kriegt er den und sie sich das dreckschwein weiter links wird unter wird beschossen ey er wird sterben er wird sterben da am turm jawoll sargent da kommt er kann er nicht treffen wie sehr ist doppelt so aus dem turm auch noch beschuss er ist tot er ist tot aus dem turm im turm ja sargent ja jetzt gehen sie weiter na 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 maschieren sie oh my god ich bin ein geist ein stolzer geist soldat ok näher mich gebäude melde mich aus dem jenseits vorsichtig sargent kontakt im gebäude denk erstmal rücken 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 ist sauber sie sind in der zone alles gut sargent alles gut oh my god ich glaub an sie sargent ich glaub an sie sieht gut aus jetzt von rechts keiner kommt so oh im wachtturm keiner genau diese müssen gleich laufen die müssen jetzt laufen sargent ja haben sie geduld haben sie geduld sargent haben sie geduld von links schritte nicht schießen sie sind unter beschutz sie sind unter beschutz alles gut sargent neun feinde noch zone kommt passen sie auf der ist außerhalb der zone kacke gehen sie weiter weiter rein weiter rein weiter rein die zone heilen sie sich auf egal was geht aber leider nicht so dass eine noch rechts von rechts feind rechts links links hinter hinter rechts vom hübchen rechts vom hübchen hübchen da nicht aufstehen vorsichtig weiter rechts weiter rechts ein stück rechts 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 da ist er doch sie warten sie alles gut er hat sie nicht auf der rechnung er hat sie nicht auf der rechnung er ist da drin haben sie geduld zu halten haben sie geduld auf dem boden liegen bleiben das ist die einzige fortbildungsmöglichkeit jetzt für sie oh mein gott zwei leute achten sie auf die tone 13 sekunden passen sie auf von links das sind schüsse sehr gut die arten sehr gut sie machen das klasse die zone kommt gar nicht aufste aah aah dingo down dingo down wir haben viele von den ich war eine Prise ausgeschaltet so levy ende was b was is